Es war mega, die Stimmung war unglaublich, ich bin unglaublich dankbar für die Resonanz, dass wir das hier erleben durften, dass wir es in diesem Haus erleben durften. Das Apone Theater liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen und ja, ich bin mega, mega happy. Sehr schön. Und hast du schon Pläne fürs nächste Jahr? Sehen wir dich irgendwo auf der Bühne? Ich habe Pläne, auf der Bühne wird man mich tatsächlich nicht mehr sehen, aber ja, ich habe Pläne und die werde ich auch bald bekannt geben. Und die Gedichte schreibst du tatsächlich schon in der Bahn? Schreibe ich tatsächlich selbst, tatsächlich in der Bahn und tatsächlich auch erst vor zwei Tagen. Und hast du Vorsätze fürs nächste Jahr? Aber du bleibst schon im Schwabeländle. Ich bleibe im Schwabeländle, ich habe vieles vor, ich wünsche mir dafür Gesundheit und Zufriedenheit, ich wünsche mir ein bisschen Ruhe und Zeit mit meiner Familie und ja, ein Freund zu sein.